NECK TV und der HSC. Ein ganz starkes Team. Handball live. Wir bringen crossmediale Ideen und Konzepte in die Huckoburg Arena. Fernsehen ganz nah. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend noch mal und guten Appetit, die alle gerade essen. Lasst es euch schmecken. Wir wollen kurz die Pressekonferenz nach dem Spiel heute abhalten. Die knallharten Fakten wieder. HSC 2000 Coburg gegen Friesenheim. Endstand 22, 31. Halbzeitstand 11 zu 16. 2373 Zuschauer. Bei mir die beiden Trainer, Benjamin Matschke und Jan Gohr. Ich fange mit dem Gästetrainer Wilma an. Benjamin, deine Einschätzung nach dem Spiel. Ja, schönen guten Abend erst mal. So auf diese Pressekonferenz bin ich jetzt auch nicht vorbereitet, vor allem auch in der Art und Weise, wie wir uns heute präsentiert haben. Ich muss meiner Mannschaft einen Riesenlob machen. Ich denke, wir waren in allen Bereichen heute die bessere Mannschaft, sowohl im Tor als auch Abwehr als auch Angriff. Haben geduldigen Ball gespielt, haben unsere hohe Trefferquote gehabt mit, ich glaube, 70 Prozent, schon fast eine hohe, aggressive Abwehr gestellt mit einem überragenden Kevin Klier dahinter. Und so haben wir uns peu à peu abgesetzt, konnten den Vorsprung halten und ja, Riesenlob an meine junge Mannschaft. Jan, die Frage an dich. Irgendwie könnte man denken, man kann Bundesliga-Absteiger nicht so richtig. Die dritte Niederlage in Folge jetzt gegen Bundesliga-Absteiger, auch heute gegen Friesenheim. Am Ende eine sehr deutliche Heim-Niederlage. Deine Analyse nach dem Spiel? Ja, zunächst guten Abend und Glückwunsch an meinen Kollegen und an seine Mannschaft. Ich finde, das muss man an der Stelle auch zuallererst sagen, Friesenheim hat herausragend diszipliniert gespielt und ich teile deine Einschätzung, dass in allen wesentlichen Bereichen ihr uns heute überlegen wart und dementsprechend folgerichtig und auch folgerichtig in der Höhe hier gewonnen habt. Aus meiner Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir der Appetit vergangen. Das war ernüchternd. Wir wollten unbedingt eine gute Antwort geben auf die zwei Niederlagen, die wir einstecken mussten. Und wir wissen natürlich auch selbst, dass es momentan für uns keine einfache Zeit ist. Aber so haben wir uns das nicht vorgestellt und vor allen Dingen habe ich mir nicht vorgestellt, dass wir vor allem in der Deckung so passiv agieren. Und deswegen haben wir den starken Auftritt von Friesenheim, uns zu größten Teilen auch selbst zuzuschreiben. Ich hätte mir da viel mehr Aggressivität, viel mehr Körperkontakt gewünscht und vor allem müssen wir einfach bessere Antworten auf Misserfolg geben. Wenn Dinge nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen, ist das das eine. Aber wie man damit umgeht, das ist das andere. Und da sind wir alles, aber noch keine Mannschaft, die ganz vorne in der Tabelle steht. Und das müssen wir in den nächsten Wochen beweisen, dass wir uns dahin entwickeln, dass wir diese Qualitäten auch haben. Heute haben wir sie nicht gezeigt. Danke. Ich frage nochmal nach beim Gästetrainer, bei Benjamin. Benjamin, ihr seid brutal schlecht in der Saison gestartet. Kann man so sagen, mittlerweile schaut es ein bisschen besser aus. Woran lag es deiner Meinung nach, dass ihr so schwer in die Gänge gekommen seid? Ja, wir haben 5 zu 5 Punkte. Wir sind mit 5 zu 5 Punkte gestartet. Wir spielen unentschieden gegen Minden, die mit einem Minus die beste Mannschaft momentan ist. Wir haben auswärts wirklich noch Lehrgeld gezahlt aufgrund der Unerfahrenheit. Ich habe 9 Neuzugänge, 8 aus der 3. Liga oder aus der 4. Liga. Jetzt mit dem ersten Auswärtssieg in Hamm haben wir wirklich Selbstvertrauen getankt. Wir haben bewiesen, dass wir in der Crunch-Time einen Schritt weitergekommen sind. Ja, und heute, denke ich, haben wir den nächsten Schritt gemacht. Und von daher würde ich das jetzt nicht so unterschreiben, dass wir schlechter reingekommen sind. Es war klar, dass wir eine andere Rolle spielen als die anderen Bundesliga-Absteiger. Aber ich denke, mittlerweile sind wir auf einem guten Weg. Eure Ziele, wenn du es kurz noch sagen magst? Ja, aufgrund der vielen Neuzugänge haben wir uns tabellarisch kein Ziel gesetzt. Wir wollten das erste Drittel spielen, haben intern im Zusammenhalt und in der Unterstützung viel gearbeitet. Wir wollten sehen, weil wir nicht wussten, wie die Neuzugänge jetzt auf diesem höheren Niveau einschlagen. Jetzt haben wir ein Heimspiel vor der Brust mit Wilhelmshaven. Sollten wir da nachlegen, haben wir 14 zu 10 Punkte. Dann haben wir zwei Wochen Pause und dann werden wir auch weiteres besprechen. Janik, wir über die Erinnerfragen, du hast gerade einiges angesprochen. Wie gehst du da ran? Also welche Stellschrauben drehst du jetzt? Wie wird mit all dem, was jetzt passiert ist und was du heute gerade angesprochen hast, umgegangen? Wir haben nicht viel Zeit und das ist jetzt im Moment vielleicht auch ein Vorteil. Wir haben am Mittwoch schon das Spiel gegen Kiel hier zu Hause. Und es wird wichtig sein, wieder Sicherheit in unsere Aktionen zu bekommen. Denn ich habe schon gemerkt, dass einige Spieler einfach auch ein bisschen verunsichert sind, sich leicht aus der Ruhe bringen lassen. Und da müssen wir uns einfach an das erinnern, was vorher war. Wir haben nicht umsonst sieben Spiele in Folge gewonnen. Aber man muss natürlich auch sagen, da waren viele Spiele dabei, die haben wir knapp für uns entschieden. Das heißt, das war Kampf, das war oft eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe und dann entscheiden Kleinigkeiten. Aber um dahin zu kommen, gehören erstmal gewisse Fundamente dazu. Und das ist in erster Linie Deckung. Deckung und Zusammenarbeit mit Torwart. Und wir haben es jetzt schon zweimal angesprochen, das war heute nicht der Fall. Und das muss in erster Linie natürlich unser Augenmerk sein, dass wir dort wieder zu Stabilität finden. Und danach kommt alles andere. An dieser Stelle, das sage ich jetzt schon mal, weil diese Pressekonferenz ja auch im Internet übertragen wird, am Mittwochabend 20.30 Uhr Anwurf gegen den THW Kiel, Pokal-Achtelfinale. Es wird eine volle Halle geben, es wird die beste Vereinsmannschaft Deutschlands zu Gast sein hier bei uns in Coburg. Wir freuen uns drauf, zum einen natürlich für alle Fans trotzdem. Und auch das ganze Spiel im Internet, sport1.de, bei TV Oberfranken auch die Partie live im Fernsehen zu sehen. Also bei allen Kabelhaushalten auch. Also eine tolle Geschichte. Ich bedanke mich bei beiden Trainern, wünsche weiterhin viel Glück auf jeden Fall. Jan, dir vielen Dank und bis Mittwoch einiges an Arbeit zu leisten, wieder ein bisschen Aufbauarbeit. Wir sind gespannt, wie es Mittwoch ausgeht gegen den THW Kiel. Bis dahin, tschüss und servus, schönen Abend, ciao. Bis dahin, tschüss und servus, schönen Abend.